es wird ein Auto, vor uns wird ein Schieb. Schießen. Da schießt es, es laufen Gegner, es laufen Gegner. Kriegst Ramin, damit er stehen bleiben muss. Oh mein Gott. Achso. Da bin ich nicht gegeben. Da ist er ausgestiegen, pass auf. Der will den Waffen looten wahrscheinlich. Er hat aber keine. Bleib stehen einfach. Bleib stehen. Bleib doch stehen, die haben keine Waffe. Ja, will ich doch, aber ich... Der fährt doch die ganze Zeit weg, man. Ja, ich hab den ordentlich Schaden reingedrückt, Digga. Ne Geist, fahr nach Jasnaya. Bot Hunter. Ich sehe, der müsste da schon wieder abziehen. Dann kriegst du keinen Weg. Dann kriegst du keinen Weg. Da liegen immer die unschuldigen Bots. Ganz so schlimmer. Wir haben vorne einen in die Ecke gedrängt und vergewaltigten Bot, Alter. Was so richtig ist. Wir haben vorne einen Bot vergewaltigt und ihn in die Ecke gedrängt. In Jesus Haus. Ist das so? Egal, das kannst du nicht als Motto-Shots bezeichnen. Ist das Ding, Alter. Auto auf, 345 sitzt einer drin. Wo? 345. Da. Direkt über der Mauer. Ausgestiegen. Ah ja. Oben im Fenster. Oben im Fenster, oben im Fenster. Ich hab zwei Headshots. Der ist ausgenockt. Ich heil dich. Ich heil, dann könnt ihr schießen. ich habe ihn nicht getroffen doch der ist ausgenockt er ist ausgenockt da ist auch ein gilly also ein gilly und dieser weiße ich halte ich wieder ich halte ich schießt du weiter ja der m24 die wir nicht bei dem raum irgendwo liegt im gras irgendwo dema runter ich glaube dass kein helm mehr die lise an den baum auf norden ja auch mal runter schon in ordnung dass der kirche irgendwas gibt ja ja ich sehe den ich brauche ich brauche was zum hielen ich habe nix ja ich trau dir was ich habe noch bandagen dann im haus habe ich noch mal gut getroffen drei jetzt mein gott kann ich legen mann ich hätte ihn gefickt wird jetzt gefressen der eine springt raus das ausgeteilt wusste denn das sind jetzt ausgeteilt das hier unten wir müssen ganz wenig vorzudehnen der müssen die dahinten stürmen die sind zweiter hinten drin ja wir können nichts machen wenn er nicht da ist oder aber trotzdem halt auch dumm jetzt geht der zudem wieder dann guck mal auf das haus dass er nicht reinkommen dass sie den finischen können und der steht da immer noch der typ da ist ausgemacht und jetzt sind die nur noch zu zweit in dem haus da in der großen scheune die andere ausgemacht ja da mitten im gras da auf 20 und dann ist raus ich will nicht pushen hallo jetzt bin ich wieder da bin ich da jetzt ist mir das haus da ein da ist ins rechte haus gelaufen ja was ist da los alter ich schieße von der entfernung drauf wo sind die ich habe nichts mitgekriegt ich habe euch im haus drin ja diesen zudrück da oben einen habe ich ausgenockt den weißen habe ich ausgenockt wo war der wie fast elf kilian ne immer schön deckung ja ich weiß nicht ob das was bringt ja egal ist wurscht macht nix ob ich da rüber sagt spieße safe alter habe ich doch ich habe einen ausgenockt und dann habe ich ihm eine granate geworfen er ist nicht so schlimm ich habe einen jetzt bist du rüber jetzt bist du rüber das ist nur noch einer ist nur noch einer am leben oh ich habe einen Molotow verkauft oh Digga du hast mich getroffen ja genau das war dumm ach ne er hat granate geschmissen er ist hinten im raum ganz hinten im raum ach du hast doch gerade an der junge linus ach so Bro Digga sagt es doch Digga ach du noch granate noch granate noch granate Felix noch eine Felix noch eine granate noch eine granate noch eine granate ich schmeiß eine granate bei denen im zimmer die kommen jetzt gleich raus vielleicht passt auf die kommen jetzt gleich raus aus ihrem kämmerchen noch eine granate Drei oh er drauf 6er WUUH WUH WUH AWM Achtung AWM auf Osten Nordosten das ist noch ein Aachen ABM hier ist 6er scoped hier ist 6er scoped 9mk 14 jungs klasse vorrücken Achtung wir hatten eine ABM welche richtung haben die schüsse aus den nordosten noch einen noch zwei nordosten was machen wir ohne ausmacht ist auf dem nordosten ich laufe einfach um ja das ist ja mit der ab schaust zu der schaust zu den mann den mann schreibt zu der ehren das auf die zwei häuser einfach oder auf 85 weil es keine deckung ja das machen ist so mit dem schlossen endlich kommt er und da gleich ist aber als helft nicht die endzone die kanade war richtig gut von euch macht immer noch schlecht wenn du so stehst wm und dann bist du tot ich überlebe alles das ist richtig scheiße ja leute das ist in der zon was jetzt hier fressen ich meine ich habe ihn ab ach so ok richtig greedy hat's hit gefressen er ist auch über die straße rüber er ist jetzt am haus hier drüben du hast die pistole in der hand ja oh mein gott ich bin in der sicherheit er schmeißt wieder eine granate ich bin genau in die granate reingelaufen ich bin so ein dolly ich bin glück kann der haben granate der ist genau auf 5 der ist genau auf 5 oh mein gott der ist das in der andere Ecke alles ich hole Linus kannst du mich holen ja verständlich ich hole Linus der mega ja Digga der wollte die granate ins fenster reinschmeißen und die sahen schein abgeprallt genau da wo ich glaube es explodiert war das der von Trudy der mich ausgelockt hat oder was ja ja den habe ich einen K-Hit gedrückt als das übergelatscht ist ok dann ist jetzt nur noch einer am Leben dank dem Linus hat er Felix den kill bekommen welche Farbe hat das sein Anzug ich habe nur ein Dreierhelm weiß ich nicht dreierhelm müssen wir rum reichen nein Digga Zone 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 um 6 Sekunden Zone Zone geht los Scheiße Digga nur noch einer gell ja wo ist der bestimmt aber diesmal von der bestimmt da oben bei den Häusern der muss ja da die rauchgranate gezündet haben ich gehe rechts rum mit Linus ich bin hinter dir ja kommt kommt mit Digga schön zusammenbleiben ja Digga kommt hierher aber wir sind in die Zone das ist hier gut safe ja ich glaube ich werde hier am Stein auf Westen ich werde das noch mal auf dem mach keiner dumm halten mach keiner dumm halten schmeiß mal schmeiß mal was am Stein auf Westen ich mache ich ich habe einen ne da ist kein da ist er nicht glaube ich ich glaube eher der ist Richtung Häuser da oben schimmelte ich nur im Gras ja der schimmelte da hinten beim Baum glaube ich eher mhm soll ich dich machen Digga da ist er Rett zum Baum Rett zum Stein gemacht 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 Rett zum Stein 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 SAUN Alter Sehr schön Und dann...